Also, damit ich besser gegen Diebstahl geschützt bin, hab ich dort Kameras installieren lassen. Infrarot-Kameras, also die registrieren ja wirklich alles. Auch nachts. Bitte glauben Sie mir, ich hab den Kreis nicht gemacht. Ja, sicher. Ich schwör's beim Kopf meines Kindes. Du bist doch aber gar kein Kind. So, hier, wenn Sie wollen, sehen Sie doch selbst. Komisch. Also, ich seh da nichts. Ach so, ja. Da hat sich eine der Kameras ausgeschaltet. Das kommt ab und zu mal vor. Ratten. Wenn Sie an den Kabeln knabbern. Moment. 25 Sekunden vorspulen. Da haben wir's. Da ist das Bild wieder. Ja, und das bin ich nicht gewesen. Ja, und das bin ich gewesen. Galaxy Park Galaxy Park Galaxy Park Galaxy Park Die große Attraktion sind Aliens. Wer ist falsch, wer echt Galaxy Park